Hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. 4,1 Psychic. Mein Name ist Eich, aber die meisten nennen mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander leben. Man sind sehr niedliche Begleiter im Alltag, für andere bla bla bla. Was mich betrifft, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Und jetzt erzähl mir erstmal etwas über Dich. Wie siehst du eigentlich aus? Hässlich. Welche dieser acht Player-Modelle möchtest du haben? Mal 11 möchte ich helfen. Ja, aber welches die Player-Modelle? Sag mal. Hm, da warte ich halt einen Moment. Ja, der oben links halt, ne? Der sieht doch am besten wie Ash aus. Hm, da wüsste ich. Ja, der hier werden. Wüsste ich Ash werden, Digga? Bloß war wie die erste Generation Schwinn. Sprichst du auch noch deinen Namen? Ja. Nee, Ash. Soll ich Ash-Ketchup schreiben? Na klar. Okay. Warte. Mist, jetzt habe ich X gedrückt. Ich wollte erheb sie und drücken Verlierteste. Warte. Mach mal Geräuschschreibung. Hash. Es ist halt so dumm, nur mit einem Controller spielen zu können, ne? Mhm. Nur mit einem Joy-Con. Man kann... Weil das Dumme ist, ich kann nicht mal einen Po-Controller nutzen, ne? Ich habe es gerade versucht. Ne? Den will er nicht. Du kannst nur mit einem Joy-Con oder halt mit beiden, wenn du an der Konsole spielst, ne? Okay. Ash-Ketchup, ne? Aus Alabastia, ne? Ash-Ketchup aus Alabastia. Ja. Ich nenne ihn jetzt Ash-Ketchup. Alles klar, dann habe ich es also Ash-Ketchup. Ja! 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 Diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Haha, klar kennst du ihn. Schließlich sind er schon von Kindersbeinen an, die besten Freunde und die größten Rivanen. Wie heißt er noch gleich? Keine Ahnung. Wer ist der? Keine Ahnung. Gib ihm meinen Namen, ist scheißegal. Matze. Ganz schön frech. Und er nennt es ihm Byweiser. Genau, genau. Okay, wir nehmen Byweiser. Heißt er, es ist Byweiser? Ja! Natürlich, das ist Byweiser. Wie konnte ich das vergessen? Es ist Zeit, Ash-Ketchup. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, let's go! Ich brauch da auch mal ein bisschen drauf, ob das da stehen bleibt, ne? Ja, das bleibt stehen, guck. Nein, das läuft doch. Vor allem, ich hab den orangenen Joy-Con in der Hand und da liegt der blaue rum. Hä? Was? Mega Ritter. Digga, hast du ne fucking, ähm, Goldtruhe hier, ähm, im Pass. Ja. Ding, wieso nix? Im Pass-Truhe meinst du? Ja, Pass-Truhe. Du hast eine E-Mail von Byweiser in deinem Posteingang. Hey, Ash-Ketchup! Hier ist schnell noch das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, musst du den A-Knopf drücken. Neige den Control-Stick, wenn du rennen willst. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü und kannst dort dein Spiel speichern. Wir sehen uns morgen, ja? Dein Byweiser. Ein super weiche Pikachu-Puppe. Bücher. PC. Nee, die Bücher kann man nicht anklicken, man kann nur die E-Mail lesen. Lass noch eine runde Switch spielen. Das ist eine Nintendo-Switch-Konsole. Sie ist mit dem Fernseher verbunden. Ich hab Hunger! Schon wieder? Musst du was essen? Wo ist meine Schale? Hab ich weggeräumt. Mann, warum hast du meine Complex-Schale weggeräumt? Darum, weil du gegessen hast. Viele Pokémon gibt es wohl auf der Welt. Vor allem spiele ich jetzt oder wolltest du Pokémon spielen? Ich wollte Pokémon spielen. Ja, ich wollte ja eigentlich bloß das einrichten. Gut. Erstmal ist einer. Hey, ich bin's. Können wir jetzt eigentlich zu zweit spielen? Bin schon auf den Beinen, Ash Ketchup. Ich komm hoch. Morgen, Ash Ketchup. Du schlaffst aber verdutzt aus der Wäsche. Bist du eigentlich ganz wach, was? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag, Ash Ketchup. Ein Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon bekommen, Ash Ketchup. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer, Ash Ketchup. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Ach, Sekunde. Hast du meine Mähe von gestern gesehen? Wenn nicht, dann legst du hier schnell mal noch durch. Da stehen wichtige Sachen drin. Er ist immer weiter, aber irgendwann bin ich jetzt besser als er. Ja, geh schon mal vor, ja? Ich warte einfach bei Professor Eis Labor. Warte. Kann ich jetzt irgendwie nicht? Zurzeit können wir noch speichern, okay. Ja. Ja, es kommt, glaube ich, später, wenn du Pikachu hast, ne? Dass ich mitspielen kann. Ja, warte. Kannst du mal meine Verpackung da, AirPods-Verpackung, die liegt da. Genau. Danke. Ich sag jetzt ganz oft, es ist Ketchup, ne? Mutter, sag mal, hast du dich eigentlich, hast du dich nicht einen Termin bei Professor Eich? Bei Weiß? Bei Weiß wollte mich dir eure Pokémon abholen. Gehen. Lass mich doch einfach vorlesen, ich kann das besser. Ja. Ich hole den Buschen raus, wenn es nachher funktioniert. Ich höre den Buschen raus, wenn es nachher funktioniert. Sollen wir uns jetzt erstmal zu Professor Eiche? Erstmal gucken hier. Kannst du erstmal mit Fetty reden? Wusstest du, dass man heutzutage seine Konsole mit seinem Smartphone verbinden und dann Daten zwischen den beiden austauschen kann? Die Wissenschaftler hat einfach keine Grenzen. Ja, du könntest dein Pokémon-Go-Pokémon hier reinholen. Wollen wir das machen? Müssen wir ja nicht. Dreh mal den Pokémon so lange, bis sie mega stark sind. Dann können sie nämlich... Drück einfach weg. Ja. Wir werden nie erfahren, was sie können. Geh einfach bei bei Weißer zu Hause vorbei. Hallo, Ash Ketchup. Mein kleiner Bruder war gerade auf dem Weg zu dir. Habt ihr euch etwa verpasst? Dabei meinte bei Weißer noch, dass sie zusammen zu Professor Eichsler-Bear gehen wollte. Ich skipp das immer. Ich hasse das. Und bei diesem Game musst du viel lesen. Lass es vor, okay? Nee, hab's denn gar nicht. Vielen Dank, Freunde. Doch. Das ist wichtig. Lass es vor. Musst du jetzt lesen. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsis etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Oh, sieh eine an, wenn das nicht mal Ash Ketchup ist. Außerdem kann ich dir öfter Ash Ketchup sagen. Ach, stimmt ja. Ich hatte versprochen, dir und bei Weißer euer erstes Pokémon zu geben. Dann lass uns doch gleich zum Labor gehen. Hm? Na, sowas. Ein weibliches. Pika? Pika? Ein weibliches Pikachu erscheint. Oh, wie ungewöhnlich, dass sich hier ein Pikachu rumtreibt. Es sollte diese Gelegenheit nutzen, versuchen das Pokémon zu fangen. Musst nur gezählen und ein Pokéball auf es werfen. Richte deinen Joy-Con horizontal in Richtung des Fernsers. Halte den Joy-Con ausgerichtet und drücke A. Schwinge nur den Joy-Con und wer finde ich gegen den Fernseher? Einfach fabelhaft. Erster Wurf, einfach fabelhaft. Zweiter. Der Essen hat es ja verworfen, also zweiter Wurf. Klasse, Pikachu wurde gefangen. Muss das mal wieder reinkommen. Das Erste war eine Probe, lass dir nicht. Aber siehst du was? Ey, du hast hier so ein langes Barteil und da sind so eine kurze Barteil. Ein hervorragender Wurf. Kaum zu glauben, dass das sein allererster Fang war. Ja, ich weiß. Ich bin halt ein Naturletalent. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du einem Pikachu sogar einen Spitznamen geben. Pichu. Ja, es ist die Mini-Variante von Pikachu. Ja, deswegen ja. Huch. Das ist aber ein lebendiges Kärchen. Hey, warte doch, komm zurück. Vor allem der ist so richtig schnell und dann... Hä? Und jetzt, äh, Ballweiser. Professor! Wenn Sie mir erklären, warum da auf einmal drei Pokébälle liegen, ich könnte schwören, eben waren es noch zwei. Da steckt der kleine Ausreißer also. Ich schätze, im dritten Pokéball befindet sich das Pikachu, das Ash Ketchup eben gefangen hat. Was? Echt? Du hast ganz allein ein Pokémon gefangen, Ash Ketchup? Haha. Wow, habt ihr das gesehen? Haha, dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. Ja, schlimm, wenn nicht. Los, Ash Ketchup, heb den Pokéball auf und halt ihn diesmal ganz fest in der Hand. Und jetzt gleich fass da das Pikachu an. Den zweiten. Hehehe, es sieht nicht so aus, als würde ich es dir die Wahl lassen. Ja, dann sagt er wieder das Gleiche, war klar. Das ist jetzt cool. Hm, jetzt fährst du ein Pokéball an und hat gleich den Kopf des Pikachus. Ich kann es das Pikachu essen, Körper. Du hast Pikachu als dein erstes Pokémon erhalten. Ich will auch immer drücken, aber es geht nicht. Es ist ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Aber dich hat es auf dem Beinsherz geschlossen. Wie wäre es, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Wollen wir? Ist deine Entscheidung, du Spitz? Wie wollen wir in deinen Namen? Bika, Bika! Kannst du, kannst du auch lassen. Mir ist egal. Boah, ist das Dreckig da drin. Kannst ja auch deine Klingen, mir ist egal. Katschu wurde in dein Team aufgenommen. Kennst du das? Nee. Ist noch unangenehm. Geh weg, du. Geh doch selber weg. Du Apfel. Ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. Bei Racer hält Evoli von Professor Eich. Wir versuchen alles hier ein bisschen. Kenn ich zwar schon, aber wir wollen ja ein bisschen. Ja, wir können jetzt einfach weitergehen, weil ich kenne das auch schon. Oh, einen Moment. Eine Sache wäre da noch. Jetzt, wo ihr der richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eure Reise mitnehmt. Wollen wir machen, dass ich, ähm... Was ist das, Professor? Bei Racer spreche, damit das ein bisschen besser klingen kann. Kannst du. Oder du sprichst dich selber und ich spreche die anderen. Ich spreche ja gar nicht. Doch. Oder nee? Nee, du redest nicht, ne? Ja, dann sprich du bei Racer oder ich den Professor ansonsten. Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Da werden automatisch Daten zu einem Pokémon aufgezeichnet, den ich auf euren... Nee, auf euren Abenteuern begegnet. Seine Art Hightech-Lexikon, das seinen... Seine Art selbst mit Inhalt füllt. Hier ist Ketchup und bei Racer. Diese beiden Exemplare schenke ich euch. Ihr gebt mir einfach seine leere Hand. Du erhältst einen Pokédex, mein Professor Eich. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Ja, kennt man. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Information zu sämtlichen Pokémon dieser Welt, jederzeit griffbereit. Habe ich mir inzwischen zu eilt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Aber möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. In dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch schon auf den Weg. Das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex. Oh Mann, wir werden auf unserer Reise so viele Pokémon begegnen. Das wird super. Ich kann nicht länger warten. Ich mache mich gleich auf die Socken. Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen. Oder? Lass dich nicht hetzen. Bis später. Nö, nö, nö. Das machen wir nicht, ne? Warte, kann ich hin. Ich muss mal kurz zum Leben nehmen. Wir gucken, ob wir jetzt... Wir können jetzt zwei Spieler-Modus aktivieren. Dein Anderen. Gib mal den Herr, den Controller von dir. Raus da, komplett. Einmal bitte. Ja, bitte mal. Doch, ich weiß ja, wie das geht. Wir müssen einmal aus dem Dings raus. Das war irgendwie so. Ja, wir müssen vielleicht noch versuchen jetzt aktivieren. So war das, wie ich jetzt meine. Ja, der Einstellung... Protone B... Warte, wie geht es? Hä? Ich will schon wieder zurückgehen. So, das ist der... Ja. Ja, bla bla, die Schlaufe anlegen. Ja, wer kommt nichts von? Hör mal zu und an. Kaffst du weg? Hör mal zu und an. Videos, verspringen, Musik, blablabla. Nö, nichts, ne? Geh mal raus aus dem Haus, komplett. Hör mal. Genau. Spricht ja irgendjemand noch. Der Mutter gibt mir Karte, glaube ich, ne? Ja. Oh, das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Nö, hab ich selbst gefragt. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz allein gefangen? Wow. Da bin ich sprachlos. Und wie heißt das Kleine? Ah, Pikachu. Wirklich niedlich. Ja, ich weiß. Pikapika. Rui, es ist ganz schön lebhaft. Ich weiß. Ihr beiden werdet euch jetzt in euer Abenteuer stürzen, hab ich recht? Ja. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Ja. Deshalb habe ich das hier für dich aufbewahrt. Danke. Du hast eine Karte von deiner Mama. Danke, Mama, für die Karte. Jetzt weiß ich immer, wo ich hingehe. Du verstaust das Item im Beutel. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinem Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf. Danke, Mama. Tschüss. Piss dich. Hm. Hm.